Musik Es ist 15 Uhr, liebe Zuschauer, wir sind pünktlich zurück mit dem nächsten Livestream und es ist eine wunderschöne Kaffeezeit, 15 Uhr Auhagen, passt am besten dazu. Legen Sie sich ein bisschen zurück in Ihrem Sessel, machen Sie es bequem, nehmen Sie eine Tasse Kaffee und genießen Sie die Neuheiten von Auhagen. Und neben mir steht, wie immer, Michael Hofmann. Und er wird uns natürlich ganz klar sagen, was dieses Jahr wieder an aktuellen Neuheiten gibt. Nun haben wir aber schon im Vorgespräch gemerkt oder uns unterhalten, liebe Zuschauer, es gibt einen riesen Werbutstropfen hier am Stand und es ist auch sehr traurig, was da passiert ist, nämlich was? Ja, wir sind angereist am Samstag mit unserer Palette von Dioramen und unser Aufbau-Team hat dann auf einmal festgestellt, dass die Palette aufgeschnitten war und ein Neuheitendiorama hat gefehlt. Und darum, wir sind nicht hier bei den Dunkelmännern, sondern bei Auhagen, aber haben hier so ein kleines Hinweisschild gemacht, dass wir leider die Neuheiten nicht in dem Zustand präsentieren können, wie wir uns das gewünscht haben. Nun ist es aber leider Gottes so, oder beziehungsweise Gott sei Dank so, dass wir einmal das Schild haben, die Neuheiten in diesem Jahr, und das ist anders als in den vergangenen Jahren, dann präsentierst du uns auf fertigen Dioramen. Das hat den Vorteil, dass man im Gelände schon so die Gebäude und Häuser sich so ein bisschen vorstellen kann und ein bisschen Bauchgefühl aneignen kann dazu. Du hast aber keine Kosten und Mühen gescheut, um wenigstens zwei Gebäude nachholen zu lassen, die auf diesem Diorama waren. Und was sehen wir da? Wir haben einmal hier das Bahnwärterhaus und zum anderen das Einfamilienhaus mit den Sonnenkollekturen und der SAT-Anlage, die es auch als Einzelartikel gibt. Aber nicht ich habe Kosten und Mühe gescheut, sondern an dieser Stelle muss ich unseren Mitarbeitern ein großes Dankeschön aussprechen, weil sicherlich mit viel Mühe und Arbeit diese zwei Modelle in Windeseile nachgebaut worden sind. Und wenn ich Ihnen sage, dass das Bahnwärterhaus gegenwärtig nur ein Handmuster ist, die Teile sind alle einzeln gefräst und die Modellbauer wissen, was das für Mühe und Arbeit ist, dann nochmal an unsere Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön. Also, die haben hier auf der Messe die beiden Häuser jetzt nachträglich zusammengebaut? Nein, nicht hier auf der Messe, sondern zu Hause bei uns in Marienberg, unsere Werkzeugbauer, unser Diorambauer und darum ein ganz großes Dankeschön nach Marienberg. Da hast du mir jetzt gerade das richtige Stichwort gegeben, bevor wir das nächste, also das nächste, die nächste Teuerhörter auf einem Diorama vorstellen wollen. Apropos zu Hause in Marienberg. Ich habe mir sagen lassen und wir haben ja auch, glaube ich, darüber gesprochen schon mal in Telefonaten, Du bist im Schnee ersoffen. Ja, sicherlich nicht ersoffen. Das könnte dann hinterher passieren. Aber wir haben reichlich Schnee. Vielleicht sind wir auch alle bloß die Jahre verwöhnt gewesen, dass es eben nicht geschneit hat. Ansonsten sind diese Winter für uns im Erzgebirge nicht unüblich. Aber wie gesagt, hatten wir lange nicht, dass wir über einen halben Meter Schnee haben. Also, sagen wir mal, sehen wir es mal positiv. Wir haben mal einen richtigen Winter wieder gehabt. So kann man es auf den Punkt bringen, genau. So, die Kollegen haben jetzt im Hintergrund schon das Diorama vorbereitet. Wir sehen, was jetzt, Michael? Ja, Frank, Du hast es schon angesprochen. Wir haben dieses Mal unsere Neuheiten auf Dioramen präsentieren wir hier, weil wir unsere Neuheiten auch themenbezogen darstellen. Und wir sehen hier ein Umformerwerk mit Inneneinrichtungen, wo also auf einem Tisch oder einer großen Rampe diese Umformer platziert sind mit Schaltschränken, mit einer Treppe, sodass man auch hier in diesem Umformerwerk wirklich originalgetreu darstellen kann. Was passiert denn eigentlich in einem Umformerwerk? Und das Höhne ist, wir können auch mal reingucken. Wir haben gerade gesehen, wir sind gerade mit der Kamera mal in das große Tor reingefahren. Und jetzt gucken wir mal durchs Dach, weil das Dach hat ja eine Glasscheibe drin. Ja, in diesem Fall haben wir hier unrealistische Dachfenster eingebaut, aber das ist hier für die Messe, dass die Messebesucher oben reinschauen können und sehen, was wir für eine Inneneinrichtung im Umformerwerk untergebracht haben. Und diese Neuheit, denke ich, ist auch für alle die interessant, die mit Elektroloks fahren. Denn wo kommt sonst der Strom her? Aus der Steckdose. Wir werden hier, können wir darstellen, wie also von drei Phasen auf zwei Phasen der Strom umgeformt wird, um dass er dann im Fahrbetrieb genutzt werden kann von diesen Elektrofahrzeugen. Unsere lieben Kollegen arbeiten im Hintergrund schon. Ich habe gerade gesehen, die eine Kamera wurde angehoben. Ich vermute mal, wir kriegen jetzt das Glasdach zu sehen. Oder kriegen wir das? Jawohl, hier ist es. Prima. Wir sehen, also hier haben wir diese Gucklöscher für unsere Besucher eingebaut, so dass man reinschauen kann und kann dann von oben sehen, wie das Umformerwerk innen ausgestattet ist. So, daneben, neben dem Umformerwerk gibt es natürlich jetzt auch noch die entsprechenden elektronischen Umformer sozusagen. Die Umformer sind im Umformerwerk und hausend haben wir die Transformatoren und Trenner und weiteres Zubehör. Ich bin nicht der Elektriker, ich muss mich da immer auf die Aussagen unserer Fachleute auch zu Hause verlassen. Und aber eine Schaltzentrale haben wir da auch mit dabei und wir sehen als besonderes schönes Detail auch diese Uhr, die da untergebracht ist, dass die Mitarbeiter des Umformerwerkes ihre Pausen und den Feierabend nicht verpassen. Das ist richtig. Wir machen jetzt gerade mal eine Aufnahme von dem Pausenraum der Kollegen mit der Uhr auf dem Dach. Die Frage wäre, dieser Pausenraum ist aber auch Neuheit. Diese Schaltzentrale ist auch eine Neuheit und das sind alles beides Grundmodelle in unserem Baukastensystem, sodass also auch hier wieder weiter individuell geplant werden kann. Man kann sich kreativ austoben, wie man so schön sagt. Und wir haben das natürlich verbunden auch mit einer Neuheit hier dabei, dass wir hier Fenster haben, die einen geraden Fenstersturz haben und nicht diese Rundbogenfenster, wie wir sie bisher im Sortiment hatten. Passt dieses Gebäude, dieses Umformerwerk rein theoretisch auch an vorhandene Bauwerke dran? Ich sage jetzt mal, ich denke jetzt an August Hagen, der gefällt mir so unheimlich. Ja, das ist ja alles in einem Raster, unser Baukastensystem, sodass das untereinander kompatibel ist. Und wenn es eine sinnvolle Ergänzung ist, kann man auch August Hagen das Werk nur damit verlängern, wenn es denn einen Sinn ergibt. Für die Zuschauer sei gesagt, August Hagen verbindet mich persönlich als meiner alten Heimatstadt aus Görlitz, ist nämlich der Görlitzer Maschinenbau, das Eingangstor. So, wir wechseln jetzt mal das Diorama. In der Zwischenzeit unterhalten wir uns mal weiter. Baukastensystem war das Stichwort. Ich habe auch schon mit vielen Modellbahnern selbst gesprochen oder wir haben das Gespräch draufgebracht. Das Baukastensystem war und ist eigentlich eine ganz geniale Erfindung von euch gewesen. Die loben das alle, dass man also ganz kreativ arbeiten kann damit. Also nach wie vor ist unser Baukastensystem ein Renner. Und wer sich einmal damit beschäftigt hat, weiß das wohl einzuschätzen und zu loben. Und sagt, die Passgenauigkeit ist hervorragend, die Individualität, die es gibt. Man kann also wirklich ganz viele Dinge und Gebäude hier einfach konzipieren und bauen, wo das Herz des Modellbauers höher schlägt. Also ich habe auch schon mal näher angeguckt, das kann man ja auch bei den Dioramen hier auf der Messe wunderbar. Auch diese Materialanmutung ist auch sehr hochwertig. Also das ist also schon wirklich qualitativ hochwertig. Die Passgenauigkeit ist hervorragend, wird immer wieder gelobt. Und ich glaube, dass auch hier Preis-Leistung in einem guten Verhältnis steht. Das glaube ich dir aufs Wort, Michael. So, was sehen wir hier? Wir sehen jetzt in ein Gebäude rein. Normalerweise wären ja Mauern drumherum. Das ist also ein, sage ich jetzt mal, Ausschnitt eines weiteren Fabrikgebäudes. Hier präsentieren wir unsere Innenwände aus Karton, weil wir sind immer mit den Fragen der Modellbauer konfrontiert worden. Ja, wenn ich so eine schöne Werkhalle habe und man schaut rein, wie kann ich denn die Innenwände ausgestalten? Und bisher hatte man immer noch die Möglichkeit, das farblich zu gestalten. Und unsere Mitarbeiter in unserer Designabteilung haben auf Tipp eines guten Modellbauers dann die Idee gehabt, Mensch, wir machen die Wände aus Karton, legen mehrere Bogen rein, betrugen die auch mit entsprechenden Schildern, womit man die Wände ausstatten kann. Und so kann man doch auch eine vorbildgerechte Innenwandgestaltung von Industriegebäuden zeigen. Also sehr realistisch dargestellt. Ups, jetzt war es weg. Werden diese, sind das jetzt also Hand, wie soll ich jetzt sagen? Handmuster? Hand, nee, nee, nee. Ich meine jetzt die Bögen, die drin zu sehen waren, sind das Fotografien, die dann übertragen worden sind, oder sind das Eigenkreationen, grafische? Das sind grafische Eigenkreationen. Man hat sich hier was einfallen lassen und wie gesagt, unsere Mitarbeiter haben da immer ganz geniale Gedanken. Und ich glaube, das wirkt wirklich realistisch und es liegen mehrere Bögen bei. Und aus diesen Formaten kann man sich dann selbst die Fenster ausschneiden, weil es wie gesagt, ja, die Rundbögenfenster gibt. Es gibt die mit den geraden Fensterstürzen, kleine und große Fenster. Ich bin immer wieder beeindruckt über die Kreativität, muss ich sagen, dass es jedes Jahr immer noch was gibt, was man rauskitzeln kann. Es ist für mich immer die Brezel. Ich meine, ich bin zwar auch ein kreativer Mensch, aber es ist unglaublich, wie man mit kleinen Ideen oder mit kleinen Dingen ein Gebäude total verändern kann oder im Bereich sich da was darstellen kann, was man vorher so noch nie gesehen hat, was aber ganz normal ist. Ja, das ist immer so eine Frage. Wir haben sicherlich gute Mitarbeiter, die wunderbare Ideen haben. Wir kriegen viele Tipps von den Modellbahnern und Modellbauern. Die werden bei uns akribisch gesammelt und aufbewahrt. Wir besprechen die einmal im Jahr und dementsprechend, wo wir sagen, hier, das wäre eigentlich eine sinnvolle Geschichte. Hier fragen auch die Modellbauer immer wieder danach. Und dann wird in einer großen Runde nach Bauchgefühl entschieden, sagen, das könnte die Neuheit sein. Und wir hoffen natürlich, dass sie dann beim Endkunde auch so ankommen. Machen wir mal weiter im Bauchgefühl. Das Diorama gibt ja noch ein bisschen mehr her. Da sind noch ein paar Neuheiten drauf. Es sind Fahrzeuge drauf, die gehören nicht zu dir. Aber zumindest das, was man daraus machen kann, was sehen wir noch? Wir sehen hier ganz einfach aus dem vorhergehenden Bausatz von dem Umformerwerk haben wir herausgelöst die Umformer, den kleinen und großen Umformer, als auch den Transformator und bieten den auch als Beladegut an und haben da auch die entsprechenden Verladerahmen und Traversen, sodass auch hier eine vorbildgerechte Verladung dieses Beladeguts dargestellt werden kann. Also ein wunderschön gestaltetes Diorama, sage ich mal, um auch diesen Eindruck zu erzeugen, so kann es aussehen auf deiner Anlage. Finde ich eine wunderbare Idee, so etwas zu machen. Ja, welche Neuheit haben wir noch? Wir haben das Ladegut und was sehen wir da noch? Und dann haben wir natürlich in H0 von unserem Multicar den M22 hier mit einer Drehleiter und hier natürlich in der Variante als Feuerwehr. Werksfeuerwehr. Als Werksfeuerwehr, jawohl. Jungs, das ist gut. Das ist, denke ich, auch eine schöne filigrane Modellausführung, wo ja auch die Leiter ist ausziehbar, ist bewegbar. Und diese Feuerwehr oder diesen Multicar, muss ich sagen, gibt es dann als Neuheit auch noch in Orange als Kommunalfahrzeug. Jetzt müssen wir natürlich Folgendes noch zu dieser Feuerwehr sagen. Es wird dem Didi, unseren Kameramann hier hinten besonders freuen. Der kommt nämlich aus Waltershausen, wo diese Fahrzeuge... Bitte nochmal das Bild zurückzuspielen, bitte. Ups, da war die Kamera schon beiseite. Okay, wir reden nochmal über diesen Multicar. Also Didi kommt aus Waltershausen, wo diese Fahrzeuge hergestellt werden. Ich finde auch die Idee recht lustig, dass die Feuerwehr rausfährt um die Katze. Auch Didi hat eine von dem Fahnen... Quatsch, Fahnenmast, von dem Lampenmast holen, rettet. Also es ist eine recht pfiffige Idee. Auch dafür kann die Feuerwehr da sein. Die Feuerwehr löst jeden Notfall, denke ich. Meinst du? Ich gehe davon aus. Und wenn man den Kollegen dann was zum Brandlöschen gibt, sind die auch gerne gekommen. Siehst du, gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, jetzt kommen wir zum nächsten Diorama, während wir umbauen. Sprechen wir ganz einfach mal weiter. Es passiert ja auch ein bisschen was im Hintergrund. Ja, Michael, du bist ja nun schon viele, viele Jahre mit Auhagen unterwegs. Wie ist denn so dein Eindruck generell im Modellbahnerkreis oder auch an Fachkreisen? Wie kommt Auhagen eigentlich allgemein an? Also ich denke, wir haben da schon eine gute Position bezogen. Und die Modellbahner wissen natürlich auch Qualität und Preis zu schätzen. Und wir werden, ich glaube, sonst sieht man uns nicht. Das ist kein Problem, kein Problem. Das ist live. Ich glaube, die Modellbahner wissen das schon einzuordnen. Und Auhagen, denke ich, hat einen stabilen Platz in der Modellbahnbranche. Schon eigentlich traditionell gesehen, muss man das Ganze einfach mal so sagen. Michael, das passiert jetzt ganz normal. Dass also die Auhagenprodukte auch schon in der DDR geschätzt wurden. Und wer hier Verwandtschaft hatte, wurde das auch natürlich, wie man so schön sagt, in den Westen geschickt. Und ich glaube, auch die Modellbahner haben das zu schätzen gewusst. Dann war es ein Begriff unter Mammus oder Werro. Mammus, Werro. Und nach der Wende natürlich durch Reprivatisierung Auhagen. Und wir mussten sicherlich unseren Platz hier wieder finden. Aber ich denke, in all den vielen Jahren hat es das uns gelungen. Glaube ich auch. Und über das Vergangene kann man sprechen, kann man stolz sein. Und wir wollen aber nach vorne schauen. Und da kann man auch stolz sein. Kann ich ganz früh, auch im Namen aller Modellbahner, sicherlich ganz unbefleckt sagen an der Stelle. So, wir sehen das nächste Diorama. Da gibt es ebenfalls zwei Neuheiten. Was dem Didi wieder erfreut, ein Multigar dabei. Was sehen wir jetzt als Neuheit? Hier haben wir TT-Neuheiten. Und für die TT-Bahner haben wir einen einständigen Lockschub. Wie wichtig ist das für die Feldbahn sozusagen? Nein, das ist also richtig normal Regelspur. Aber dort, wo eben nur ein Gleisanschluss ist, dort kann die Lok untergestellt werden. Das wäre ja Baufrevel gewesen. Man hätte einen zweiständigen Lockschub dahin gebaut. Und das eine nur während der Grünwiese. Hier hat man einen einständigen Lockschub. Und wie gesagt, für die TT-Bahner, wo der auch in Varianten aufgebaut werden kann, genauso wie die Vorjahresneuheit, da haben wir ja den zweiständigen Lockschub hier in den Handel gebracht. Und man muss ja auch dazu sagen, das sind ja alles Vorbildmodelle. Das sind Vorbildmodelle. Aber jetzt frag mich, jetzt siniert bitte mich. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt hast du mich erwischt. Wir wissen, dass das so ist, dass das Vorbildmodelle sind. Und das Schöne an diesem Lockschub war ja auch, dass diese Belüftung oben war. Da können auch Dampfloks drin stehen. So ist das. So, dass die Dampflok damit untergestellt werden kann. Man muss dann bei der Entlüftung und die Modellbahner wissen, dass die Entlüftung dementsprechend dann dort anordnen, wo vermutlich der Schornstein, der Dampflok steht. Oder Schornstein auch. So ist es. So ist es. So, dann sehen wir auf diesem Diorama ebenfalls eine weitere Neuheit. Das ist ein Portalkran. Für die TT-Bahner haben wir in diesem Jahr den Portalkran als Neuheit gebracht. Sie hatten den Halbportalkran in der Null im Baukastensystem gesehen. Ja, ja. Und da haben wir gesagt, bei dieser großen Nachfrage werden wir natürlich den TT-Bahnern den Portalkran als Neuheit in 2019 präsentieren. Und ich denke, er ist uns sehr gut gelungen. Ist ein sehr schönes Modell. Hier sehen wir noch die Handmuster. Und ich weiß, dass die TT-Bahner sich darüber freuen werden. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Interessanterweise sehen wir diesen Portalkran ja mit einem Greifer für Schuttgut. Kann man das auch auf Container eventuell erweitern? Auf Container kann man den sicherlich nicht erweitern. Sondern weil das ganz einfach die Höhe des Portalkrans nicht hergibt. Okay. Denn es muss ja ein Fahrzeug drunter und die entsprechenden Vorrichtungen. Und dann muss man sich mal die Container noch vorstellen. Also das kann man hier bei dem Portalkran sicherlich nicht tun. Also habe ich völlig daneben gelegen. Aber vielleicht war es ja die Idee fürs nächste Jahr. Okay, gut. Das waren die beiden Neuheiten. Und dann kommen wir noch zur Spur N. Nein, ich würde noch was ergänzen, weil wir noch einen Wunsch der TT-Bahner erfüllt haben. Denn wir haben den TT-Bahnern den Multicar mit Anhänger in diesem Programm aufgenommen. Und ich glaube, da werden sich die TT-Bahner auch freuen, dass wir das Fahrzeugsortiment in TT um diesen Multicar M22 erweitert haben. Ich möchte die TT-Bahnern um Verzeihung bitten. Es war keine Absicht, diesen Multicar zu übersehen. Aber ich habe am Anfang erwähnt. Du hast ihn erwähnt, das war nicht ganz daneben gegangen. Nicht ganz daneben gegangen. So, also der Multicar in TT. Ebenfalls eine Neuheit. So, und jetzt kommen wir für Spur N. Da gibt es ebenfalls drei Neuheiten anzukündigen von euch. Wieder wunderschön dargestellt auf einem Diorama. So, wir positionieren noch alles ganz fix. Und dann gibt es die ersten Einblendungen und dann können wir darüber sprechen. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, liebe N-Bahner, es ist ein wunderschönes Bahnhofsgebäude. Wir haben für die N-Bahner in diesem Jahr einen Stadtbahnhof. Das ist unser Bahnhof Neu-Preußen in N. Neu-Preußen, sehr schön. Das ist doch schön, ne? Ja, das ist gut. Und die N-Bahner kennen Sie sicherlich aus dem Sortiment aus H0. Hier haben wir dann jetzt, wie gesagt, unter Spur N. Und mit diesem Bahnsteig kann man wirklich eine schöne Bahnhof-Stadt-Szene darstellen, wo auch eine Zuggarnitur ordnungsgemäß davor passt. Interessanterweise, wir schwenken gerade den Bahnhof mal ab. Man sieht also auch sehr wunderschön die Details mit Abfahrt und Ankunft. Man sieht auf den Tafeln, dass noch recht viele Züge damals unterwegs waren in Neu-Preußen. Und die pünktlich waren. Und die pünktlich waren. Wollen wir jetzt über die Deutschen Bahn meckern? Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Wir holen uns die heile Welt lieber. Um Gottes Willen, ich muss auch noch mit der Bahn zurück nach Berlin. Dann nehmen die mich nicht mit. Dann erkennen die mich. Nein, das machen wir nicht. Wunderschön auch die Dachfürste, die Holzverzierung außen dran. Die Dachziegeln, die Quatsch, die Bauziegel-Fassade. Diese Klinker. Diese Klinker, wunderschön dargestellt. Und es gibt ja auch hinten dran noch ein wunderschönes Flachdach am Bahnhof. Hinten dran so ein Bahnsteigdach. Ist aber nicht neu. Nein, das ist sicherlich nicht neu. Wer unseren Bahnsteig aus dem vergangenen Jahr kennt, weiß, dass wir diesen Fokus vor zwei Jahren schon als Neuheit gebracht haben. Aber hier hat man den Sinnvoll damit ergänzt. Man muss ja das Fahrrad nicht zweimal erfinden, denn es ist ja letztendlich alles auch irgendwo eine Preisfrage einmal für uns als Hersteller, als auch dann für den Endverbraucher. Interessant auch hier die Gestaltung. Kann die Regie nochmal zurückblenden bitte? Die Gestaltung auf dem Diorama. Also man hat einen Stumpfgleis. Das heißt also eine Art Sackbahnhof, wo man also einen Triebwagen reinfahren lassen kann. Und aus zwei durchgehende Gleise. Also da bleiben viele Gestaltungsmöglichkeiten. Frage wäre, ist der Untergrund, also sprich die Bahnsteigkante schon so ausgebaut oder ist das wiederum Selbstbau-Baukastensystem? Nein, das ist direkt mit dabei. Und wie auch schon bei unserem Bahnsteig, den wir im Sortiment haben in N, gehört das mit dazu. Man kann aber individuell, und das wissen die Modellbauer bei uns, die Bahnsteigkanten extra kaufen. Man kann die verlängern. Man kann das alles dementsprechend selbst sich noch gestalten. Aber in diesem Bausatz sind der Bahnsteig komplett dabei. Und man kann auch mit einer normalen Bahnsteigverlängerung, die es bei uns im Sortiment gibt, den Bahnsteig extra noch verlängern. Hat man es einfacher. Ja, liebe Zuschauer, oder lieber Michael, frage ich dich erst mal. Das war jetzt so im Großen und Ganzen die wesentlichen Neuheiten, die wir präsentieren wollten. Ich hätte noch zwei. Das dann los. Da haben wir nämlich unseren Bahnübergang in N, den wir neu hier mit auf unserem Diorama haben, für unsere N-Bahner. Und ich glaube, das ist die neuere Ausführung. Und dir würden sich sicherlich genauso die N-Bahner darüber freuen. Und aus dem vergangenen heißen Sommer haben wir natürlich gelernt, dass die Sitzplätze in den Biergärten überall schon besetzt waren. Dann haben wir gesagt, da müssen wir den N-Bahner natürlich Bänke und Tische mit dazu liefern. Sollte es wieder warm werden, dann kann man da natürlich einen Biergarten ordnungsgemäß ausgestalten. Oder man setzt in den Schrebergarten. So dass auch hier mit diesen kleinen Details, wo überall sich bestimmte Plätzchen findet, kann man das mit unterbringen. Also wenn wir jetzt gerade über das Wetter gesprochen haben und über diese wunderschönen Details. Einen schönen Sommer wünsche ich mir wieder. Aber es sollte bei 26, 27 Grad Schluss sein. Genau. Und es sollte wenigstens zwischendurch mal regnen. Um das natürlich auch unsere Grundversorgung irgendwo gesichert ist. Nicht, dass das ganz schief geht. Aber das ist ja erfindlich genug. Das haben wir ja 40 Jahre lang schon gelernt. Also, ja, liebe Zuschauer, das waren die Neuheiten von Auhagen. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß bei unserem Rundgang hier auf den Dioramen. Wir konnten Ihnen sicherlich vieles Schönes Neues zeigen. Lieber Michael, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese schönen Ausführungen und für die netten Details, die den Modellbahnern für dieses Jahr zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, dass du auch nächstes Jahr wieder mit vielen tollen neuen Ideen hier nach Nürnberg reist. Und ich denke, da hast du schon was auf der Pfanne, oder? Ich denke schon, dass wir uns da wieder was einfallen lassen. Und wir bedanken uns genauso, dass du uns besucht hast, Frank. Das ist doch selbstverständlich. Das machen wir gerne. Das war's, liebe Zuschauer. Der Livestream bei Auhagen ist jetzt zu Ende. Wir sehen uns wieder in, ich schaue mal auf die Uhr, in 35 Minuten zum nächsten Livestream. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei wären. Schalten Sie also um 16 Uhr ein. Bis dahin, hier, Frank Wuttich. Das war's, liebe Zuschauer.